Ah, das ist ein ganz schöner Sonnenuntergang heute hier. Sieht ja richtig schon die Sonne da, wie die man untergehen ist. Da ist die Sonne hinterher am Verschwinden. Sieht ganz schön aus. Jetzt kann man richtig die Sonne da sehen. Das ist die Sonne. Aber die Kamera ist jetzt so stark abgedunkelt, dass die Sonne richtig schön mit der Kugel sichtbar ist. Das ist der maximale Zoom. Man sieht sogar Sonnenflecken. Das ist richtig gut sichtbar hier. Hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Zeigt mit Daumen nach oben, teilen, kommentieren. Auch gerne favorisieren oder auch abonnieren. Bis zum nächsten Video.